Was war? Ja. Oder ich auch mit sechsmalen. Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Hallo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist schon noch viel schneller als die Kontur. Die Konten war es schon abhoch. Ja. Vollattacke. Ist doch kein Gehalt, nur für den Kaffee. Natürlich. Aber... ...als Abbasen. Deutschland ist schon frei. Ja. Ich habe doch vollständiges Rollen gescheitert. Ja. Ja. Ich habe doch vollständiges Rollen gescheitert. Ja. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, oder bis 14, 16, 20, ja. Okay. Dann nehme ich, bis das Zeit, bis das Sektorzeit noch anzeige, dass wir jetzt da stoppen gehen. Ja. Ja, okay, ich habe die Zinkpause, okay. Die Zeit ist vom Punkt, so. Ja. Das ist krass, was man da ist. Das ist krass, was man da ist. Das ist krass, was man da ist. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Was war das jetzt? Das ist ja 28.02. 2 Sekunden. Ja, aber die Zeile schiebt sich ab und runter. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ja. Das ist schwierig. 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 Ich weiß, es war aber 1,5 Sekunden. Ja, genau. Man musste jetzt 1,5 Sekunden sein. Na dann. Ich schweb mal der Auslauf von der 7.01. Das ist 5,5 Sekunden dauern. Ich muss halt das. Ja, das ist super. 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 Ja, das ist sagen. Deine Spfte resigniert den W overalls. Ja. Ja, das ist super. Ja. 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 Ja, das ist ähn Cell. Ja N стороны. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020